Stella Stegmann ist die neue Bachelorette. Die 26-Jährige ist schon aus dem Reality-TV bekannt. Sie nimmt 2023 an Too Hot to Handle Germany teil und ist danach einige Monate mit Anna Stregel zusammen. Jetzt sucht sie in der Rosenshow die große Liebe und ist damit die erste bisexuelle Bachelorette. Schon ab Spätsommer erscheinen die neuen Folgen und erstmals wird es sowohl männliche als auch weibliche Liebesanwärter geben. Die Münchnerin freut sich schon sehr auf das Abenteuer, wie sie erzählt. Ich glaube, es wird Zeit, dass das Thema Bisexualität aufgegriffen wird. Denn es ist ein total aktuelles Thema und ich freue mich, dass ich da ein Vorbild sein kann, dass die Menschen einfach ein bisschen offener werden und sehen, dass Liebe keine Normen kennt. Mit Stella als Bachelorette sind auf jeden Fall romantische Dates und heiße Flirts vorprogrammiert.